So, da rauf geht's! Einmal in die erste Schuhe-Passage, schön am 2er, weg hoch auf den 3er, schön aufsteht, und 3er oben auf den 2er, noch zur ersten Aufwand, und jetzt weg geht's! So, runter, aber gut, alle hoch! 3, 4er, runter! Weg hoch! Oh, ganz, jetzt war er auf, hopp! Da liegt ein Punkt dabei! Ich schneide ich zu, raus aus den Kurven! So, da rauf geht's! Ich schaue die Schraubbein! Der Schraubbein geht's! Der Schraubbein geht's! Vorrat spricht super! Der Schraubbein geht's! Richtig gefahren in der Schuhe-Passage! Du machst richtig weiter. Spar alle Kurven. Und einfach beschleunigen. Zurück in den Wald. So, hauptlich, etwas von allen Kurven. Okay, das war's.